ich mache ein ich mache ein Invertar auf Schienen herstellen hat er automatisch gemacht Köln 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 Rund allgemein Steiner auch viele Polar mit sich zu viel die Tat mit Unruf Menschen übrig warum habe ich denn so wenig was so bin ich was da habe ich auch schon lange nachgeschaut ich habe auch zwei punkte schon da bin ich da bin ich schon aus da bin ich schon auf maximum da könnte ich sogar bei sexy saurus könnte sogar schon auf fünf gehen pommel pete das war zehn 7 living of the land wo ist die knarre bei fortitude level 7 fortitude gehen wir hier mal rein gut so, das ist hier weg, das ist hier weg die kohle ist jetzt nie alle, oder? kommt schon nee, noch nicht war das auch wieder so, ok ja, ne, ne, ist noch was da, ist noch was da oh gott ok 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 gebraucherweisung wo darf ich noch lang laufen so weit so gut okay hundreds kohle 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 hu Oh fuck, schwöre die. Oh, schwöre aus, die, äh, na schon wieder die Dinger aus, die, äh, Pflasterscheinblöcke hier. Ja, wir haben nix, ne? Hm. Was ich bringe jetzt, warte mal... Ich stelle mal noch mal, 3, 4... Holzblöcke, ne? Ja, 30.000 Scheine bringe ich schon mal mit. Nö. Kind zement nix, wir haben echt, oh, alles verballert. Ja. 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 ok was ist an kohle ich hoffe nicht ich sehe mich gerade nichts mehr nein das war es gewesen ein bisschen stein mitnehmen ab jetzt ok blei noch ok so ok Eisen raparier so ich bin noch eins oder ich komme wieder und erkenne meine burg nicht mehr könnte passieren das wird wahrscheinlich so sein ich bin Ist das noch Kohle? Nee, normaler Stein. Ah! so warte mal gucken um das ist doch noch Kohle hier, oder? Ne, ist es nicht okay ich habe glaube ich gerade die wie zerstört wie zerstört? na, es gibt nichts mehr ach so hier ist noch ein bisschen Nitrat, aber ne, hier gibt es nichts mehr Scheiße ne, nur noch Stein Stein, Stein, hier Stein da Stein, dort Stein und dahinter noch Polo, okay oh, es liegt genau wo blöde meine Tante ist gerade hier hier gerade ne Schreierin rein gerannt nein und jetzt habe ich sie hier gerade genau da geschossen, wo ich gerade die Dart Traps aufstellen will jetzt muss ich warten bis ich hier weggespawnt ist muss der Puzzler packen, oder? ja jetzt hat so, okay, das ist soweit so gut ja, schade, das war's das ist das Ding ist leer Komplett ich bin alles verbraucht ja, alles alles weggeobert Scheiße komme ich hier auch irgendwie raus? oder? okay, ich komme hier nicht mehr raus äh äh so äh das 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 auch so viel versprechen äh äh ja schaut das aus naja äh kann ich denn mal aus diesem Drecksloch hier rauskommen? und jetzt wirst du so ich komme mal kurz nach hause gebüßt das war schlecht lockt man mal die muni hier ach hier so eine rahme stand jetzt noch alles im weg ja ich würde mich gerade erhoffray bin aber ich bin jetzt scheinbar zu doof dafür er wollte gerade das an dem scheiß komm ich ich tippe einfach ach jetzt legt mich doch am arsch eine schmale zu tier habe ich keine ausdauer und kann ich hoch genug springen oder was geht es halt auf die leiter im richtigen so kommen wir weiter und das noch jetzt noch wünschens kinder wir müssen bestimmt noch mehr von diesen pfeil von diesen pfeilen für die da ich habe es in jeder ist nummer 500 reingetoren ja wir haben wir aktuell nicht ja noch aktuell nicht rein also sind alle voll jetzt verbaut hast du kannst du kannst ja 1500 reintun jede die haben wir die haben wir drei slots die die ok ok ja gut dann kann ich ja klar die sind jetzt fertig die funktionieren so weit ja als jetzt alle 14 verbaut und doch gott das wird die weiß ich doch gar nicht wo ich die hinten soll ja ich dachte halt die grube und dann rechts links alles was eigentlich stein war ja weil ich ein total ekelhafter typ bin eigentlich ja weil ich kann es machen klar ja mach aber ich das wollte ich dann aber eher eher herr leber auf europa ja doch mal war das bringt Prozent wo war denn jetzt hier der ok ich wollte das die autos hier auf der karte weil ich gerade neue autos gesehen habe ihm mit sicherheit schon mal umgebung haben wäre mir neu dass hier autos nur erst okay der bau dann nicht fassen gerst ist gerade leer so jetzt haben wir hier keinen die brücke automatisch auf ist schon so verwöhnt ja muss alles automatisch gehen ja klar, hallo so, klar, dann packen wir so, und ja, fein Jure du bist Luca hier, pass auf, äh, ich gebe dir mal die Oga wieder und spring gut gut drück drück, 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 drück äh kann ich jetzt hier schief drüber? ich hab grad wieder, äh, was reingeschmissen oh, ich mach nochmal oh Gott ähm 5, 7, 15.000 Schießpulver mhm ok klick, 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 klick so, haben wir noch welche Samen, die man aktuell bräuchten oder so, Korn zieht go ok ok eh ok ok le oh ok 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 man hat so viel scheiß im internet war das überhaupt hier so Prozent neuer Prozent die Kassbühne Rüsten hat die Ne, Essenzartig will ich auch nicht. Spannung. Ööö. Okay. ja gar nicht mehr durch motor durch na bei den ganzen mischern hier also ein halb blöcke da muss ich auch halb blöcke das geräusch fand ich ganz ganz gut ja müssen unsere Medizinkisten gewesen und 15 Stück was wir haben jetzt 21 Schienen okay die Beine mir so irgendwas ja die Beine mir 20 Prozent selber wahrscheinlich dass wir das irgendwas sagen soll oder so oder so Klebeband und Erde ja die Beine mir